Hallo und herzlich willkommen zurück beim BlockTrader. In meinem heutigen Video gibt es einen Hardware Wallet Vergleich und zwar zwischen Trezor und Ledger. Viel Spaß beim Video. Ja, lange gewünscht. Ich habe mehrere Videos dazu gemacht. Ich zeige sie euch auch. Und zwar ist es eben so, dass wir mehrere Geräte haben von beiden Herstellern. Einmal von Ledger, den Nano S, das kleine Modell und den Nano X, das große Modell. Ich habe in beiden Videos das Gerät gezeigt, inklusive Unboxing, Einrichtungen und allem, was dazugehört. Alle Videos findet ihr natürlich unten im ganz wichtig angepinnten Kommentar. Da könnt ihr euch das Ganze anschauen. Genauso habe ich das mit Trezor gemacht. Hier sieht man den Trezor One, das kleine Modell und den Model T, das eben große Modell mit dem Touch-Display. Okay. Und hier ist so ein bisschen der Vergleich eben zwischen diesen beiden Herstellern erstmal zu sehen. Also zum einen ist es so, dass die kleinen oder ich sage mal die Modelle von Ledger eben in so einer länglichen Form kommen. Sehen das hier, das ist der Ledger Nano X. Der hat einen Akku, deswegen läuft der jetzt auch hier nebenbei. Und das Display ist an. Man kann das auch einfach ausstellen. Ist gar kein Problem. Hat kein Touch-Display, sondern hier zwei Knöpfe, die, ja, womit man das Gerät bedienen kann. Und ansonsten nur so ein, ja, so ein Metallrahmen, den man einfach umklappen kann, um das Gerät ein bisschen zu schützen. Genau. Ansonsten, die Geräte von Trezor sind eher aus Plastik gefertigt, also komplett dann. Das kleine Modell hat kein Touch-Display, auch nur zwei Knöpfe zum Bedienen. Und das große Modell kommt mit einem Touch-Display. Und da muss man sagen, okay, ist wirklich auch von der Verarbeitung gut. Also auch wenn die hier so einen Metallrahmen haben, okay, aber von der Verarbeitung ist das wirklich 1A. Die beiden großen Modelle, Trezor und auch der Ledger, kommen mit USB-Typ-C-Kabel. Sehen das hier, wird einfach angeschlossen, ist dann verfügbar. Beide haben, ja, eine ganz eigene Philosophie, wie sie funktionieren. Und da müssen wir einfach heute einfach mal schauen, dass wir darauf eingehen. Also Verarbeitung kann man sagen, bei beiden 1A wirklich top. Ja, dann ist es so, dass es erstmal eine technische Grundlage gibt, die unterschiedlich ist bei den Hersteller oder beim Hersteller Ledger und beim Hersteller Trezor. Und es ist einfach so, dass beim Ledger die Software komplett, wo der Key später drin liegt, auf einem Secure-Chip liegt. Dort ist der Quellcode nicht bekannt. Also er ist nicht Open Source und hier könnte rein theoretisch ein Hintertürchen auf Ledger-Seite bestehen. Das ist aber nicht der Fall. Also da darf man jetzt nicht von ausgehen. Normalerweise ist so ein Secure-Element extra dafür da, um eben zu, ja, solche Zugriffe zu schützen. Und der Code ist ganz absichtlich nicht öffentlich, damit man eben auch keine Möglichkeit hat, da einen Backdoor zu bauen, indem man den Code vielleicht durchschaut und einen Fehler findet oder so. So, Trezor verzichtet komplett auf sowas. Ja, die haben zwar auch einen Secure-Element quasi, aber dort ist eben der Code Open Source und rein theoretisch könnte man, ja, sowas nachbauen. Man kommt da auch nicht dran, ganz wichtig, ist auch alles hochverschlüsselt. Und es gab mal eine Zeit, da hatte der Chaos Computer Club über ein Verfahren herausgefunden, wie man in diesem Boot-Modus, wenn ein Firmware-Update gemacht wird, dazwischen kommt und ganz kurzzeitig eben nötige Dinge auslesen kann, um rein theoretisch an einen Private Key ranzukommen. Das Ganze ist aber gelöst worden von der Firma, die haben eine umfangreiche Lösung gefunden übrigens, das hat auch nur bei dem kleinen Modell funktioniert, bei dem großen gar nicht. Die Lösung ist trotzdem jetzt auf beiden per Firmware da und beide sind jetzt mit aktuellem Stand absolut sicher, ja, also auch da kein Rand kommen. Ja, und jetzt ist halt so die Frage, wenn beide Geräte sicher sind, wo sind denn erstmal die Unterschiede? Also erstmal, die Unterschiede liegen vor allem im Preis, weil das große Modell Ledger X hier kostet regulär 119 Euro und der Treasure, der große, kostet regulär 177 oder 170 Euro, er ist also deutlich teurer. Na, und hier ganz wichtig Open Source und hier nur Teil Open Source, also die Teile, die sowieso offen sind, sind auch offen, also wo man auch rankommen kann, aber eben das Secure Element nicht. Das ist eben nicht Open Source. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, was für euch das richtige Gerät ist. Und ihr seht schon, ich habe hier die beiden kleinen oder das kleine Gerät von Trezor und das große und von Ledger nur das große Gerät. Den Nano S, den habe ich momentan, ja, abgegeben an meine Mutter, die den benutzt. Dementsprechend kann ich Ihnen hier jetzt nicht zeigen im Video, das macht aber auch nichts, denn den würde ich euch nicht mehr empfehlen. Das liegt einfach daran, dass auch bei Ledger ein Sicherheitsproblem war, eine Vergangenheit, und es da auch ein Firmware-Update gegeben hat. Und jetzt kommen wir eben zum nächsten technischen größeren Unterschied zwischen diesen beiden Geräten. Bei denen ist es eben so, dass ihr Applikationen auf dem Gerät installiert, und zwar die Applikation, die eben zu der jeweiligen Wallet passt oder zu der Kryptowährung passt, die ihr darauf halten wollt. Und dementsprechend braucht dieses Gerät internen Speicher, und der ist ganz bewusst relativ klein gehalten bei diesen Geräten, damit eben ja keine Schadsoftware installiert werden kann. Das Problem ist, dass er beim Nano S nach dem Firme-Update so klein war, dass ihr teilweise nur noch zwei, drei Kryptowährungen zeitgleich damit abbilden könnt. Und das liegt einfach daran, dass eben dieses Software-Paket so groß ist und so viel Speicher frisst. Und das kommt auch so ein bisschen dann auf die Kryptowährung an, wie viele da dann draufpassen. Aber zum Beispiel Trinity von IOTA, wenn ihr das nutzen wollt mit dem Ledger, das braucht relativ vier Speicher auf dem Ledger, und dementsprechend zieht die Applikation euch den Speicher weg. Und dann könnt ihr nur noch, was ich sehe, Bitcoin, Ethereum, Trinity, also IOTA damit absichern, und mehr passt nicht mehr drauf. Und es funktioniert, dass ihr dann einfach hingeht und sagt, okay, ich deinstalliere die eine Applikation, IOTA, installiere mir jetzt zum Beispiel meine Stellar-Applikation, packe da meine Stellar drauf, die deinstalliere ich dann wieder, installiere wieder die IOTA-Applikation, und damit komme ich wieder an mein Trinity dran. Das funktioniert, weil das Ganze eben mit dem Mnemonic funktioniert, genauso wie bei dem hier natürlich auch. Also ihr müsst die Applikation, wenn ihr die löscht, ist eure Kryptowährung nicht gelöscht. Das ist schon mal ganz wichtig, aber trotzdem ist es halt total fummelig, jedes Mal Applikationen zu installieren und zu deinstallieren auf diesen Geräten. Deswegen kommt für mich der Nano S nicht mehr in Frage, dafür aber der Nano X, weil der ist wirklich preis-leistungsmäßig der Oberhammer. Weil der ist mittlerweile von der Verfügbarkeit, also welche Kryptowährungen Ledger-Support haben, umfangreich und wirklich groß. Also wirklich fast alle Kryptowährungen könnt ihr mit diesem Ledger mittlerweile sichern, fast jede Wallet unterstützt das in irgendeiner Form, oder die gängigen Wallets auf jeden Fall. Und obwohl Trezor Open Source ist, ist das nicht so der Fall. Also zum Beispiel Trinity funktioniert noch nicht mit Trezor, aber sie arbeiten da dran, also IOTA arbeitet da dran. Und man muss einfach sagen, obwohl das Open Source ist, weniger Support. Ja und jetzt kommen wir aber zum großen Punkt. Wenn es wirklich um ein günstiges Gerät geht, dann kann ich euch den Trezor One auf jeden Fall empfehlen, weil der in der Preisklasse, eben in der günstigen Preisklasse, wo er mit dem Nano S, dem kleinen Ledger zu vergleichen wäre, wirklich unschlagbar ist. Weil der kann auch nahezu alle Kryptowährungen, wie gesagt, Trinity zum Beispiel noch nicht, aber eben alle, die auch nahezu der Große kann. Und das wirklich zu einem Spottpreis. Und da das Verfahren hier anders ist, also wie gesagt beim Ledger, habt ihr eben Applikationen, die ihr installiert. Bei Trezor ist das anders. Dort läuft das Ganze über einen Webservice, der von Trezor betrieben wird. Das Ganze ist auch kein Problem. Das gibt es auch als Open Source. Also keine Angst, wenn die mal ihren Dienst einstellen, kommt ihr trotzdem an die Kryptowährungen dran. Der Vorteil ist aber, dass ihr deswegen hierauf keine Applikationen installieren müsst. Das Gerät stellt eigentlich nur die eigentliche Verbindung zu eben dieser Mnemonic, also diesem 24-Wörter-Seed dar, aber gar nicht mehr, dass diese Wallets auf dem Gerät selber verwaltet werden, so wie es hier der Fall ist. Ganz wichtig, deswegen, ihr braucht hier keine Applikationen und dementsprechend als kleines Gerät, wer einfach nur ein günstiges kleines Gerät sucht und nicht gerade IOTA damit absichern möchte, der ist damit super aufgehoben, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ja, und jetzt kommen wir zum großen Gerät. Also der große, letzten Endes Top-Gerät, kann man nicht anders sagen, ist jetzt gerade hier gesperrt. Ihr seht das, ein Touch-Display, hier könnte ich jetzt meinen Pin eingeben, kann hier drauf rumtatschen. Ist auf jeden Fall ein cooles Gerät, aber eher was für Leute, die auch so ein bisschen vielleicht Spaß an Technik haben und Spaß auch an weiteren Funktionen haben. Denn, ähm, zum Beispiel, und das seht ihr jetzt hier, er hat hier einen Schlitz und da wird es zum Beispiel in Zukunft die Möglichkeit geben, eine SD-Karte reinzuschieben und einen Backup oder sowas von dem Gerät zu machen. Die Funktionen sind noch gar nicht so wirklich alle bekannt, aber da das ganze Ding auch Open Source ist, ja, kann man auch rein theoretisch als Community selber was für so ein Teil bauen. Ja, also wirklich ein paar Möglichkeiten, das ist halt ganz cool. Und was mir wirklich gut gefällt bei dem großen Gerät ist das Charme-Backup, was dort verfügbar ist. Das heißt, ihr könnt hingehen und könnt sagen, äh, ich hab jetzt meinen Seed und, ja, ihr wisst das, ja, so im Fall von, ähm, ich sterbe vielleicht, ja, also ich, ähm, möchte vielleicht meine Crypto-Assets meiner Familie hinterlassen und ich gebe jetzt meiner Mutter, meinem Vater und zwei Freunden diese Keys oder so und dann hab ich ja immer die Gefahr, okay, was ist, wenn die mir jetzt meine Kryptowährung klauen? Klar, geht man jetzt bei einem Freund nicht davon aus, aber was ist, wenn wer anders bei einem Freund ist und da diesen Key findet, weil er nicht richtig darauf aufpasst oder sonst was. Und mit diesem Charme-Backup kann ich eben hingehen und kann meinen Hauptkey, den ich selber habe, quasi unterteilen in mehrere Einzelkeys. Das heißt, ich könnte jetzt hingehen und könnte drei Personen diese Keys geben und nur wenn die drei sich zusammentun, können sie meinen wiederherstellen. Und das könnte dann verschieden variieren. Ihr könntet zum Beispiel auch sagen, ich erstelle fünf Keys und zwei oder drei davon müssen immer zusammen sein, damit man meinen wiederherstellen kann. Das heißt, ich gebe fünf verschiedene Leuten die Keys, die sich nicht kennen und bei meinem Ableben sage ich nur, ihr müsst euch einmal in Verbindung setzen und meinen Key wiederherstellen, beispielsweise, ja. Solche Möglichkeiten habt ihr eben mit dem Trezor. Das ist wirklich cool. Und dementsprechend, ja, der ist eher was für die, die ein bisschen tiefer in der Materie stecken und so ein bisschen so die Nerds vielleicht unter euch sind, ja, und die Bastler, die an sowas Spaß haben, für die ist das Gerät absolut 1A. Kann ich nicht anders sagen. Immer in der Berücksichtigung, dass ihr gewisse Assets vielleicht damit nicht ablegen könnt, wie IOTA, weil, wie gesagt, der Support bei Ledger durchaus größer ist. Ja, und für wen ist jetzt so ein Ledger? Für alle anderen, würde ich sagen. Also für alle Leute, die grundlegend Kryptowährungen verstanden haben und hier und da so ein paar Assets halten, die die einfach ablegen möchten und sicher abgelegt haben möchten und möglichst wenig, ja, sich technisch mit Fummeleien oder so auseinandersetzen wollen, für die ist das wirklich gut. Das ist eigentlich anschließend, und ihr könnt, wie gesagt, mein Video da als Anleitung nehmen. Das hier zum Beispiel, da zeige ich komplett, wie das Gerät eingerichtet wird, wirklich von vorne bis hinten, alles mit drin und was zu beachten ist und so weiter. Ja, und dementsprechend, das macht ihr einfach einmal und wenn ihr das eingerichtet habt, die, ja, Applikation installiert habt, schickt ihr eure Währungen dahin und dann läuft das auch, ja, gar kein Problem. Weiter kann man eben diese Seeds auch immer wieder herstellen auf den Geräten, klar. Also auch, wenn euch mal so ein Gerät kaputt geht, könnt ihr eins nachkaufen und grundlegend ist es auch so, dass sich diese Seeds eben an, ja, den Bitcoin Improvement Proposals orientieren. Und dementsprechend auch, wenn es gar keine dieser Hardware Wallets mehr gibt, ihr campt auch mit einer Softwarelösung wieder an eure Assets dran nachträglich. Auch ganz wichtig an dieser Stelle. Ja, ansonsten, beide Geräte haben, oder alle Geräte haben so ein Verfahren, dass ihr neben euren 24 Wörtern noch ein eigenes zusätzliches Wort quasi als, ja, Passwort zusätzlich an die Passphrase mit dran kleben könnt. Und dementsprechend, selbst wenn mal irgendwie die Chance besteht, dass irgendwer, warum auch immer, euren Seed erraten sollte, ohne euer eigenes Passwort käme man dann auch nicht dran. Also auch das kann man bei beiden Geräten aktivieren. Soweit alles sicher. Meine Meinung, beide Modelle wirklich gut. Und Kaufempfehlungen kann ich hier definitiv geben. Ich nutze alle Geräte selber. Den Ledger, das ist mein Alltagsgerät, sage ich euch ganz ehrlich, weil es einfach einfach ist. Und weil eben viele Kryptowährungen damit funktionieren, einfach super. Das hier ist ein Gerät, was ich jedem empfehlen würde, der, ja, einfach günstig ein paar Kryptowährungen absichern möchte. Greift nicht auf den Ledger Nano S, also nicht das kleine Ledgergerät. Der ist einfach nicht gut. Nimmt den Treasure One. Der ist wirklich super und für eine kleine Mark zu bekommen und dafür, was er für diesen Preis kann, wirklich gut. Für die, die ein bisschen basteln wollen, die ein bisschen mehr Geld haben, weil das Gerät einfach teuer ist. Und auch auf so Spielereien vielleicht, wie ein Touch-Display und so stehen, die sowas gut finden, kann ich Ihnen Treasure empfehlen. Und da muss man auch zu sagen, Treasure obendrauf hat auch Zusatzfunktionen. Ihr könnt zum Beispiel auch diese Two-Factor-Authentifizierung, die ihr sonst mit Google und so macht, könnt ihr auch mit dem Gerät abbilden. Und habt dann hier den Zwei-Faktor-Code auf dem Gerät generiert. Solche Sachen, also wie gesagt, der hat viele Funktionen, auch neben Krypto und so. Und das ist einfach in diesem Preis mit drin. Da ist viel Entwicklung mit drin und mit den Dingern kann man viel machen. Aber wie gesagt, das ist eher was für die Leute, die auch an sowas Spaß haben und auch an solchen Basteleien vielleicht und mal so ein bisschen rumprobieren Spaß haben. Für alle Alltagsleute sonst auf jeden Fall Ledger Nano X. Das ist momentan einfach das Gerät schlechthin. Hat Bluetooth-Unterstützung, kann man auch ausschalten. Und es gab auch ein Bluetooth-Hack, die sind nicht betroffen, weil die benutzen die Lite-Version vom Bluetooth. Da ist das Problem nicht gewesen, also auch da keine Sorge. Aber somit könnt ihr das Ganze auch auf dem Handy nutzen, einfach per Bluetooth ohne USB-Kabel. Auch cool für unterwegs zum Beispiel. Wirklich gutes Gerät, hat kein Touch-Display, das ist halt so. Aber ansonsten 1A. Und jetzt, ganz wichtig, derzeit, und das sehen wir jetzt leider hier, wenn ich jetzt meinen Link hier anklicke, und das könnt ihr übrigens machen, ihr könnt meine Affiliate-Links benutzen, packe ich euch unten rein, kriege ich ein kleines Kickback, wenn ihr euch für eins der Geräte entscheidet. Derzeit sind die im Angebot. Ja, und leider wird das hier in Brave nicht angezeigt, aber derzeit gibt es Rabatt, 30%. Das sieht man aber, wenn ich hier jetzt Add to Cart klicke, dann seht ihr hier, oh, jetzt habe ich zwei drin, dass er hier für, ja, mit Mehrwertsteuer 83 Euro drin ist. Das Ganze kommt aus Frankreich, also EU-Land, kein Import-Zeugs, oder dass ihr da irgendwie beim Zollen noch was verzollen müsstet. 83 Euro statt 119. Und ganz ehrlich, Leute, das ist für den Nano X wirklich, wirklich, wirklich ein guter Preis. Kann man nicht anders sagen. Und, ja, ansonsten Nano S seht ihr unten für 59 Euro. Der wäre derzeit für 34 zu haben. Aber, ganz ehrlich, den kann ich euch nicht empfehlen, den Nano S. Ja, und ansonsten, wenn wir bei Trezor gucken, da gucken wir auch einmal in den Shop, und da sehen wir, der Kleine, der White, kostet hier 58 Euro. Ich kann auch mal schauen, ob der hier gerade auch im Angebot ist. Ne, der kostet 58, aber der ist halt im Normal halt vergleichbar mit dem Nano S. Und, wie gesagt, wenn es um die beiden Geräte geht, empfehle ich euch da eher den kleinen Trezor One. Ja, also, auf jeden Fall. Ansonsten, Ledger, wie gesagt, günstig. Und, wie gesagt, wenn ihr mich und den Kanal unterstützen wollt, und euch eh so ein Gerät besorgen wollt, könnt ihr meine offiziellen Partnerlinks zu Trezor und Ledger benutzen. Sind auch unten im angepinnten Kommentar. Ja, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt zu diesen Geräten, oder ihr sagt, vergleich mal noch was anderes. Aber eigentlich ist in den anderen Videos, die ich gemacht habe, auch schon alles gesagt. Also, wenn euch da eins dieser Geräte interessiert, ich erkläre da wirklich alles zu diesen Geräten. Also, wirklich, ihr könnt einfach die Videos schauen, da sind alle Infos drin. Meine Empfehlung ist halt einfach nur, der hier, wenn es Budget sein soll und günstig, der hier für die, die ein bisschen mehr die Kohle locker haben und ein bisschen Bock auf Basteleien und mehrere Funktionen haben, wie eben auch Two-Factor-Authentifizierung und so weiter. Und den hier für alle Leute, die einfach möglichst viele Kryptowährungen alltagstauglich, möglichst einfach und handlich abgelegt haben wollen. Und wie gesagt, der ist derzeit, also das Top-Modell der Nano X ist derzeit im Angebot für etwas über 80 Euro absolut zu empfehlen. Und ja, da würde ich sagen, kann man auch zu Weihnachten vielleicht ganz cool so ein Gerät verschenken. Ja, das war es mit dem Video. Wie gesagt, habt ihr noch Fragen? Einfach unten in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wundervollen Feierabend und auf Wiedersehen. Macht's gut Leute und tschüss.